Bist du bereit für eine Herausforderung? Alle Augen sind auf dich gerichtet, denn du gehst voraus. Du teilst dein Know-how, bist Ausbilder und Vorbild für deine Gruppenführer und für deinen Zug. Gedanklich bist du immer einen Schritt voraus. Du kommunizierst in allen Lärm. Gibst die Richtung vor. Für den Einsatz deiner Truppe und für das Gelingen eurer Mission. Übernimm Verantwortung in unserem Team. Werde Zugführer der Infanterie. Ein schief für das Gelingen. Untertitelung des ZDF. Zurück promotion. Werde Zugführer der Infanterie. F раз 동endrauf.